ja willkommen mein name ist daniel p und ich begrüße euch zurück zum display valkyria chronicles in der folge haben wir die letzten nebenquests erledigt nur die letzten report fanservice wie auch immer und wir sind jetzt im letzten kapitel shadow of the valkyria 18 finale ja und wir fangen direkt an es sieht sehr cutscene bezogen aus und ich meine ich weiß auch wieso die echte kordelia fangen wir an weil der part wird wieder sehr cut ziehen lassen ich habe ich das gefühl wir werden sehen du bist ja nur durch die halbe stadt dadurch geht es genau ja 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 Das ist eine gute Frage, die sich mit den Stuhl befinden. Ich habe mich mit den Stuhl und meine Reichweite. Das ist auch eine Entscheidung für die Gharia zu retten. Wenn der Stuhl ist, dann muss der Stuhl nicht notwendig sein. Meine Gharia, ich bin der Stuhl-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch-Koch. Ich möchte diesen Völven, als der Ghali der Ghali, als der Ghali der Ghali-Ghali des Ghali-Ghali. Hmhmhm, ich möchte einen Ghali-Ghali als der Reich. Ich möchte diesen Maximilian als der Macht, und Ghali, als der Ghali-Ghali, als der neue Land. Was ist das? Und hier wird die Kirche des Volkes im Valkyria schon sein. Deine Galia wird die Welt der Welt der Welt. Ach... Sie? Warum? Kordelie, Sie sind die Welt der Kirche. Die Valkyria ist der Welt der Valkyria. Das ist der Welt der Welt. Die Welt der Welt ist der Welt der Welt. Die Welt der Valkurier... Sie wollen den Valkurier benutzen? Nein. Die Welt der Valkurier und der Willen sind, in diesem Zeitraum, die Welt nicht verletzt werden. Ich habe keine Ahnung. Dann... Ich zeige euch. Ich bin... 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 Okay... Unerwartet... Aber die ganze Geschichte ist ja sowieso irgendwie abgefuckt in dem Spiel. Deswegen... Ich bin... Im... Ich bin... Und... Wirklich, äh... Wirklich, Wirklich? Wie Quando sie an zwei Parteien vom valle bis pair Sind K 어떤 Zug Games Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das sind die Stadt, der sich dom almondsaut. Sie ziehen sich das auf dem Land desfehlenden Volk. Das sindв ewige Frage. Sie sehen die Abwechslung auf dem Land stecken. Was... Was? Oh, wasser? Sie haben diese Valkürien gewollt! Nein, ich habe keine Ahnung hier. Ich weiß nicht. Ich habe... ... und... ... und... ... und... ... und ich habe... ... und ich habe... ... und ich habe... ... und ich habe die Töne... da war der älteste trick der welt einfach gefragt ob er einen raushassen könnte ich meine jetzt immer noch ein kommandant oder ich meine das imperium ist gerade hier am rein stürmen denken die weg das ist jetzt noch der richtige zeitpunkt ist hier ein soldaten erzählt zu lassen ok finale vorbereitung letzte vorweiterung mein gott kann doch einfach mal höflich fragen anstatt direkt jemanden zu erwürgen oder was weiß ich weil er mit ihnen gemacht hat welche sei jetzt sogar tot weiß man nicht ich habe es zu sehen ich habe es zu sehen ich habe es zu sehen So, Kai-san! Wenn ich nicht gewinne, wird der Krieg endet. Die Isara und viele Freunde haben verloren. Und ... ... auch ... ... auch ... ... auch ... ... auch ... 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 Ich bin ein Freund, die ich für euch bin. Ok, wir haben alle bereitgestellt. Ich bin ja. 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 Es ist ja. Ich will alle zusammen kämpfen. Ich verstehe. Ich glaube, dass wir uns die Beziehung mit dem Volk verbreitet werden. Ich weiß nicht, dass du mein Name ist Irene. Ich habe das erste Mal kennengelernt. Wenn wir die Beziehung enden, dann werden wir mit den Beziehungen heiraten und dann werden wir mit der Beziehung. Das erklärt einiges. sie ist also diese erzählerin anscheinend was bedeutet dass stowaway die reine kohler das gibt zu denken Ich bin der Fall. Wie ist das Verhalten der Beobachtung? Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ja? Ja, das ist... Die Schauspieler ist das Valkurium. so kann der kugel was das sind so das fährt allein wieder zum maximilian nämlich mann und sogar der falls sie noch lebt hoffentlich sonst werden ein bisschen blöd das überrascht ihn noch sogar mit silvary aufgenommen hallo die war meiner nach viel stärker ja aber sind nur ist nur eine klasse auf 20 ok wer ist dieser typ ich weiß nicht mehr ich werde jetzt wissen ja Maximilian, oder? Wie bitte, Gokun? Gut, nein. Ich bin nicht mehr so, dass ich den Wunsch zu verabschieden, dass ich das nicht verabschieden, dass ich nicht. Ich werde ihn nicht verabschieden. 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 Oh, Maximilian殿下, ich habe eine Verkaufung. Na, komm! Ja, stop! Was tun? Geh! Geh! Ach, kein Ding. Ich meine, das Ding ist ja nur 10 Meter groß, ne? 10 Meter, viel größer. Ich glaube, ich steig. Und der schleppt den ganzen Turm mit. Oh, das ist der Wollkopf. Ja. Die ganze ist ein bisschen groß. Ein bisschen sehr groß. So, die Wollkopf. Das ist mal ein großes Ding. Das ist mal ein sehr großes Ding. Die ist ein bisschen größer als die Lanze, die Selvaria und Alicia hatten. Das ist mal ein bisschen groß. Das ist mal ein bisschen groß. Was ist das? Das ist mal ein bisschen groß. Ich werde das Ding auf. Das ist so. Die距離 ist 4,000! Seitdem war ein Valkirier-Gemangel mit dem Heiligen Jädern des Stadts, der die Darlks-Gemangel-Fugdschuze schmiert. Ein solches Schilder-Gemangel, der auf der immer so nahe, die die Stadt der Zeit der Wettbewerb des Stadts, als ich diesmal verliebt habe, und der Marmor, der für unehörige Jädern, der der Heiligen Jäder-Gemangel-Gemangel-Gemangel-Gemangel-Gemangel-Gemangel-Gemangel. Du wirst doch wohl jetzt nicht mit dem Ding schießen, oder? Oder? Äh, ja. Ich hoffe, er war nicht dazwischen. Mammoth, das ist ein Schausteller. Ach, das ist ja noch Schausteller. Oh, wieso? Wenn wir uns auch noch ein bisschen langsamer sind, dann müssen wir uns in diesen Spanien schießen. Du kannst ihn auf der anderen Seite gehen. Mach auf die Seite! Sehnete. Geh mal nicht so an, wir müssen einfach nur von der Seite kommen, dann bist du weg. Neue Episode, das sieht aus wie ein Schlachtfeld. So, dann. Das Ende der Mamota. Ja, final. Schaut auf der Valkyr. Shadow auf der Valkyr. Valkyr, ich sag einfach Valkyr. Alles klar, dann würde ich sagen, diesen vorletzten Kampf, so wie es aussieht, heben wir uns dann im nächsten Kampf, in der nächsten Folge auf. Ich bedanke mich aller herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.